Willkommen zurück. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. So ist ein Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Haka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burkhaneda ein und befreien Fürst Shimura. Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Ihr seid nicht so, wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahn liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein und ohne Ehre. Fört am Trio so. Wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Jinn. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schülerin kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Ein alter Mann verkehrt mit einer jungen Frau. Ich hasse Sake. Das weißt du. Was redest du denn da? Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliegen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist. Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Gute Rede. Sicher, dass das klappt? Das muss es. Hier kannst du ruhig hochkennen. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jim. Puh. Puh. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. Ich muss die Wachen ausschalten. 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 Oh, look. Ich muss die Wachen ausschalten. 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 Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Er auch, Masako. Ich muss die Wachen ausschalten. 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 Ich muss die Wachen verschenken. Es wäre einfacher, wenn deinen Strohutsfreunde helfen würden. Video so hat versagt, das vergesse ich nicht. Dein Onkel auch nicht. So weit bin ich letztes Mal gekommen. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Das Tor ist verschlossen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Die Klippe? Es muss einen Weg herum geben. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. Ich bin nicht mehr. Der Moonbase Targa. Ich habe die Karte. 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 Geh! Geh! Timmest! Oh Oh, Mann! Hey! 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 Da bist du ja. Juna, halte das Gebet. Ich suche Fürst Chimora. Viel Glück, Jim. Jozo? Der Kahn zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Lass es. Meine Männer verrungern, Jim. Rette mit mir meinen Onkel. Er entlohnt deine Männer. Er macht dich zum Samurai. Und schickt uns in den Tod. So wie er es in Komoda tat. Ryoso? Er ist deine Familie, Jim. Ich muss meine schützen. Ich mache es ganz schnell. Wir waren Freunde. Vor einer Ewigkeit. Halt! Bevor es zu spät ist. Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Genug. Es ist noch nicht zu spät. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt ihnen. Ryoso? Er ist hier! Der Samurai ist hier! Er ist hier! Der Samurai ist hier! Entschuldigung! Dann verlaufen wir uns nicht an. Wir müssen uns nicht an. Wir können uns nicht an. Wir müssen uns an. Wir müssen uns an. Ja! 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 Ich muss da! Weg um, bänden! Hey! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ja! Das ist ein Schuss! Oh! 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 What is ready? To be there! To target! To be there!